Willkommen hier bei Profischnappe in Empfingen im Showroom. Im Hintergrund hören Sie meine Verpackungscrew, die gerade Sofas verpackt. Und ich zeige Ihnen heute ein ganz neues Modell von der Firma Tommy M. Thomas Machalke aus Oberfranken. Und zwar das Modell Buster als zweiteilige Kombi in Leder Wild Nature Grey. Ein neues Leder, ein Ledertest. Die Garnitur wurde nur gefertigt, dass Thomas Machalke das Leder anschauen konnte. Und sehen konnte, wie es auf der Garnitur bezogen wird. Zwei Teile, eine große Longchair, ein kleines Anbaussofa. Sie brauchen hier bloß 2,39 Meter Platz. Das Longchair ist 1,82 Meter, breit, kubisch, klassische Form, soft gemacht. Angenehm im Sitz, mittelfest, mittelsoft, aber sehr angenehm. Und ein Leder, ich sage es Ihnen, ein ganz besonderes Leder, ein geiles Leder. Ein Leder, das sich anfühlt wie ein Handtaschenleder. Richtig schön. Das ist ein Anilinleder. Schauen Sie in der Lederbeschreibung nach, was ich hier rausgezogen habe von seinen Infos, die er mir gegeben hat. Ein Anilinleder, leicht angeraut und leicht versiegelt. Was für Schmeichler, die es sehr angenehm wollen. Eine bequeme Garnitur. Sie können hier die Kissen wegmachen. Thomas Macheike hat immer hier ein Ziehband dran, mit dem man die Kissen dann auch fixieren kann. Sie haben eine sehr hohe Bequemlichkeit. Sie können die Elemente auseinandernehmen. Sie können sie fest zusammen machen. Einhängen, das mache ich jetzt nicht, weil wir stellen hier immer oft um. Sie haben eine kleine Wohnkombi für zwei bis drei Personen in einem wirklich tollen Leder, das ein Schmeichlerleder ist für Sie und zu einem Preis, der einzigartig ist, weil es eine Testgarnitur ist. Keine Fehler, nichts dran. Tolle Verarbeitung, wie Thomas Macheike das immer macht. Ein echter Geheimtipp für Sie. Wollen Sie zuschnappen? Dann machen Sie schnell. Danke schön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.